Hallo Leute, willkommen zurück bei Boom Beach. Und hier haben wir unseren Lieblingsgegner, Dr. T. Der steht immer für guten Loot, der schnell zu erreichen ist. Das stellt hier keine Gefahr für uns dar. Ja, also würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Oh, wir müssen natürlich Truppen setzen. 1, 2. Es regnet Bomben. Okay. Das war es auch schon. Und wir können uns der nächsten Stufe widmen. 15 oder was? 20, 24? Irgendwie sowas. 15, oder? Ja. Stufe 15. Okay. Was erwartet uns hier? Oh, eine Boom-Kanone. Jetzt wird es schon langsam gefährlich. Und das Ding, das mag ich auch gar nicht. Die Bazookas, die werden davon immer richtig zerfetzt. Alles andere ist gar nicht so schlimm, aber... So, 1, 2. Okay. Jetzt müssen wir kurz warten, bis unsere Leute angekommen sind. Okay. Und... Rückzug... Rück... Ups. Jetzt bin ich auf den Pauseknopf gekommen. Gut, dass ich das gemerkt habe, dass es hier sowas auch gibt. Stufe 30. Das wird schon mal interessanter. Okay. Okay. Also die Raketenwerfer, die wollen wir nicht haben. So. Hoffentlich... Reicht das auch? Ach, schade. Der hätte aber auch zerstört werden können, oder? Gut. Und den Rest, würde ich sagen, müssen wir so knacken. So. Wir kommen von hier unten, in der Hoffnung, dass die... Das müsste aber eigentlich ganz gut funktionieren. Oh Gott. Man kann nicht alle retten. So, jetzt geht's da hin. Gut. Das hätten wir dann auch geschafft. Ich glaube, wir haben zwei Verluste oder sowas. Ja, wenn sich die Truppen aufspalten, dann... Vielleicht müsste ich die öfters mal dirigieren. Kein... Kein Verlust? Wie geht das denn? So. Das, das hab ich ja... So, hier erkunden wir mal die nächste Stufe. Nee. Nee. Nein. Da sind wir raus, Leute. Das, aus Erfahrung weiß ich, dass das nicht so gut ist. Ähm, die 42er Stufe kann man nur schaffen, wenn man auf der großen Karte angreift und die Abwehranlagen ganz gut stehen. Ansonsten bauen wir hier gerade unser Statuenlager und damit haben wir das, den letzten Ausbau, das letzte Gebäude, nicht den letzten Ausbau, aber das letzte Gebäude in die Wege geleitet. Ähm, haben aber hier auf jeden Fall auch noch ordentlich was zu tun. Die Landungsboote müssen alle noch geupgradet werden. Und im Arsenal... Ich hab auch noch nie mit den Panzern angegriffen. Ähm, ja, die müssen auf jeden Fall auch noch ausgebaut werden. Also es gibt noch ordentlich was zu tun. Ähm, welche Stufe haben wir? Rath... äh, Hauptquartier... Ich sag schon Rathaus, Hauptquartier Stufe 13. Ja, da werden wir uns noch ein bisschen dran aufhalten. Okay. Unsere... Ah, die Expedition hat schon begonnen. Gut, ich weiß nicht, wo die ist. Aber... Wir werden es ja dann sehen. Das war's von Boom Beach. Als kleiner Ausflug. Ach, hier ist die Expedition. Okay. Alles klar. Das war's von Boom Beach, Leute. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr Lust habt. Macht's gut. Ciao. Ciao.